So, und was ist mit den neuen Lied, Herr Slater? Hast du mir was gebracht? Jawohl, Titi, ich hab ein paar Lieder für dich geschrieben. Ja gut, brauchen wir ein paar neue. Ich hab ein Giger auf dem Kaffee zu machen. Ja, Chef, hier ist eine, ich hab geschrieben. Das heißt, One Flew Over the Cuckoo Hill. Das haben wir schon gehabt, vielmal gehabt, schon gehabt, now old stuff, ruggastyle. Aber Chef, ich hab das Besonderes für dich geschrieben. Was? Für mich geschrieben? Was bedeutet das? Aber Chef, er war ein gutes Lied. Ich war ein sehr gut.